Vor gut einem Jahr habe ich ein Betriebssystem vorgestellt als das erste GNU-Linux-Betriebssystem der Welt. Und zwar handelt es sich dabei um Slackware. Und Slackware ist wirklich ein Urgestein in der GNU-Linux-Community und findet tatsächlich heutzutage recht wenig Anklang und auch wenig Beachtung. Schon alleine durch Debian bzw. Ubuntu und auch Arch. Allerdings gibt es wirklich sehr, sehr gute Slack-basierte Betriebssysteme hier auf dem Markt. Und eines davon möchte ich hier heute vorstellen. Salix Linux, ein Slackware-System, das es wirklich in sich hat. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für Sonntags-OS. Und heute habe ich mir mal ein kleines Bonbon rausgesucht. Und zwar ein Slackware-Betriebssystem. Ja, einige rollen schon wieder mit den Augen, denn Slackware ist nicht gerade bekannt durch seine ausgiebige Nutzerfreundlichkeit. Und ich habe tatsächlich auf diesem Kanal schon ein Video zu Slackware gemacht. Wenn du also mal wissen möchtest, wie Slackware, das Original Slackware, auf einem System installiert wird, dann schau einfach mal hier oben auf dem i. So, aber ich habe hier ein tolles neues Slackware gefunden. Das nennt sich Salix. Herkunft steht hier Europe. Das liegt daran, dass die Entwickler wirklich aus ganz Europa kommen. Das ist wirklich ganz toll. Gucken wir uns gleich an. Und wurde jetzt hier kürzlich, am 5.9. wurde es kürzlich geupgradet auf eine neue Version, auf die Version 15. So, auf der Webseite. Die Webseite sieht so aus. Das ist quasi die Startseite. Ja, man hat da jetzt also nicht in ein üppiges Design investiert, sondern diese Seite fungiert als rein informativ. Sehr interessant ist die Team-Page, denn hier sind dann alle Entwickler aus ganz Europa einmal aufgelistet. Nicht nur die, auch die Veteranen, also die, die einst an Salix gearbeitet haben oder zum Teil eben auch mit Gründer waren, was hier quasi fast alle Veteranen sind, gehören mit zum Gründungsteam. Und die Mehrheit kommt scheinbar aus Griechenland, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, das sind auch jetzt keine, sag ich mal, jungen Studienabsolventen oder so, sondern das sind wirklich alteingestandene ITler, die hier seit vielen Jahren ein richtig ordentliches System mal auf die Beine stellen wollen. Ja, wenn man hier sieht, Chris Farrell, Tim Kauchip, Baujahr 47. Hier ist ein Foto mit seiner, ich nehme mal an, seiner Frau oder Tochter, weiß ich nicht. Und ja, der gehört quasi auch mit zum alten Eisen. Und ja, dieses System, da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe es noch nicht installiert. Ich lasse mich jetzt einfach mal ganz klar überraschen. Und hier auf Download finden wir dann, ja, ziemlich rudimentär, jeweils zwei Links, einmal für die 64-Bit-Version, auch einmal für die 32 und dann entweder direkt von Sourceforge oder als Torrent. Ich habe mir das Ganze schon heruntergeladen und werde jetzt hier einfach mal die ISO einschmeißen. So, die nennt sich Salix. Da haben wir es, ISO. Choose, hat er nicht erkannt. Es ist aber ein Slackware. So, machen wir hier Slackware aktuell, Slackware Current. So, dann einmal weiter. Ich vergebe wieder haufenweise Ressourcen, einfach in der Hoffnung, dass das Ganze dann hier auch nicht so ewig dauert. Ich mache mal 50 GB Festplattenspeicher. Ich denke, 20 hätten jetzt auch gereicht. Und wir machen Salix 15. So, Konfiguration noch bearbeiten, damit wir nochmal prüfen können, dass das hier alles eine Richtigkeit hat. Ich nehme hier Q35 UEFI. Das hat bisher am besten immer funktioniert bei mir. Dann IDE wird nicht funktionieren. Das muss ich hier als SATA machen. Da fängt er immer an, rumzumeckern. Und ich schaue, dass der Videotreiber immer Wirt-Io-Treiber ist. Ganz einfach, weil das am kompatibelsten ist mit sämtlichen Desktop-Umgebungen und Grafik-Servern. Gut, dann wollen wir einfach mal auf Start drücken und hoffen mal, dass es jetzt einfach mal lädt. So, da ist es auch schon. Und hier kommen wir schon zu einer wunderbaren Besonderheit. Denn ich kann jetzt schon während des ImGrab-Boot-Menü die richtige Sprache auswählen. Und das ist eine Besonderheit, die ich mir so sehr wünsche bei auch vielen anderen Betriebssystemen. Von Ubuntu kennt man das durchaus. Zumindest bei den, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Aber bisher, wie ich das kannte, konnte man da auch dann die Sprache immer im Grab-Boot-Menü schon auswählen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich wähle jetzt hier einfach German aus. Und dann wird jetzt auch das init-rd gestartet und der Kerne. Und dann kommen wir hier zur Installationsroutine. Ich bin bereits root und das ist hier ein Terminal. Und da steht jetzt, you may type setup to start the installation or you can just press the up arrow. Okay. Ach, ist ja interessant. Wenn ich den Pfeil hoch mache, steht Setup bereits da. Das ist sehr, sehr gut. Dann wollen wir mal Setup machen. Und jetzt ist es auch auf Deutsch. Okay, das war jetzt quasi nur der Starter, der jetzt auf Englisch war. Aber jetzt ist es auch auf Deutsch. Wir kommen zur Installation von Salix, dem Bonsai OS. Bonsai ist also ein kleiner Baum. Bevor Sie mit der Installation fortfahren, können Sie Ihr Tastatier-Layout anpassen. Im Moment benutzen Sie das layout.de.map. Und das möchte ich auch behalten. So, dann Install. Das möchte ich haben. So, hier wird dann jetzt die Disk zum Auswählen vorbereitet. Eine bootfähige Linux-Partition. So, dann wähle ich das einfach mal aus und gehe auf Bearbeiten. Okay, hier geht es nur darum, dass noch kein GPT-Label auf der Disk drauf ist, weil das ja wirklich eine brandneue erstellte Disk ist. Und da warnt er mich jetzt, dass er da jetzt die Festplatte überschreiben möchte. Das ist auch in Ordnung. Und ja, jetzt kann ich hier im Prinzip selber meine Partition anlegen. Das ist natürlich für Anfänger nicht immer sehr gut, weil da weiß dann immer jeder nicht so richtig, was er machen soll. So, aber wir machen mal New. Dann, der erste Sektor ist so in Ordnung. Und der zweite Sektor gibt jetzt an, wie groß die erste Partition sein soll. Und da sage ich, so, 300M. Er hat jetzt irgendwie die Zahlen nicht genommen. Hier mit 300 Megabyte. Das sollte für die Boot-Partition auf jeden Fall ausreichen. So, und das ist EF00. Man kann auch L drücken. So, Name ist... Lass mal weg, wir brauchen keinen Partitionsnamen. So, da haben wir die erste EPI-Partition. So, hier ist noch 1007... Ja, ein Megabyte-Free-Space, das ist scheinbar systemseitig. Geht nicht anders. So, wollen wir mal gucken. Können wir jetzt hier noch irgendwas? Nö. Dann können wir jetzt hier im Prinzip New. Wir machen mal den ersten Sektor. Das ist in Ordnung. Der zweite Sektor, jetzt möchte er wahrscheinlich auch eine Swap-Partition haben. Ich werde jetzt einfach mal eine 2 Gigabyte Swap-Partition einfach vergeben. Normalerweise nehme ich keine Swap-Partition, aber ich weiß halt nicht, wie das System hier funktioniert. Das wäre dann 8.2.0. Und auch hier brauche ich jetzt nichts. So, haben wir Linux Swap. Das steht jetzt hier oben, ne? Kann man meinen Pfeil sehen? Ne, meine Maus kann man nicht sehen. Doch, hier. So, und ja, den letzten freien Speicherplatz. Dann nehmen wir alles, was wir haben. Und 8.3.0. ist auch okay. Auch hier brauche ich jetzt nichts benennen. Obwohl, wir benennen das einfach und dann ist gut. Wir nehmen jetzt hier einfach Boot-Partition. Dann machen wir hier Swap. Und hier machen wir Root. So, dann haben wir die jetzt auch benannt. Gut, dann würde ich sagen, können wir Write machen. Dann einmal Yes eingeben. Ich möchte schreiben. Completed. Und dann können wir auf Quit. Sehr gut. So, Swap-Bereich gefunden. Da hat er meine 2 GB Swap-Partition gefunden. Das ist okay. Das nehme ich. Und das Salex-Installationsprogramm bereitet nun ihren Auslagerungsspeicher vor mit MK-Swap. Soll eine Überprüfung auf fehlerhafte Blöcke erfolgen. Das brauchen wir nicht. Das ist alles extrem neu. Swap-On läuft. Sehr schön. Und diese Einträge werden in die FSTab hinzugefügt. So wie es jetzt aussieht. Auch das finde ich in Ordnung. So, jetzt bitte wählen Sie in der folgenden Liste diejenigen Partitionen aus, die Sie als Hauptpartition verwenden wollen. Und dann nehme ich die VDA3. Jawohl. So, Schnellformatierung machen wir. Und ich nehme der Einfachheit halber EXT4. Ich könnte auch ButterFS nehmen und so weiter. Da müssen aber noch Sub-Volumes und so weiter erstellt werden. Das will ich jetzt aber alles nicht so kompliziert machen. Ich nehme jetzt einfach EXT4. Sehr gut. Das wird so hinzugefügt. Das ist in Ordnung. Und eine EFI-Systempartition wurde ebenfalls gefunden. VDA1. Und möchten Sie diese Partition formatieren als FAT32. Das hat er jetzt hier auch schon automatisch gemacht. Sehr gut. Mensch, das läuft ja wie am Schnürchen. Das finde ich wirklich richtig, richtig gut. So, dann bitte wählen Sie das Quellmedium. So, das Quellmedium ist hier eine CD. Und das machen wir auch. Und dann werden wir das mal automatisch erkennen. Jetzt sucht er quasi die ISO. Und es wurde in devsr0 etwas gefunden. Und jetzt kann ich aussuchen, was ich installieren möchte. Es gibt einmal vollständig Grundsystem und Minimal. Minimal ist im Prinzip ohne grafische Oberfläche. Einfach nur das, ja, Asus-System mit Kerne. Und den GNU-Utils. Und das war es dann. Das ist zum Beispiel gut, wenn ich einen Slack-Server erstellen möchte. Oder ähnliches. Das Grundsystem installiert eine XFCE-Oberfläche mit einem grafischen Server. Und das war es. Keine weitere Software, nichts. Und vollständig, also höchstens diese Standardsachen wie ein Taschenrechner und ein Notepad und so weiter. Oder so ein Texteditor. Und vollständig installiert halt noch zusätzlich Programme, die halt nützlich sind für den täglichen Bedarf. Und ich glaube sogar Flatpak wird ebenfalls mit installiert. Aber das werden wir gleich sehen. So, ich werde vollständig nehmen. Und jetzt flimmert und flackert der Bildschirm ein bisschen. Das ist aber alles nicht so flimm. Wir warten, bis die Installation durch ist. So, die Installation ist fast vorbei. Und hier sagt er mir jetzt Bescheid, dass normalerweise bei Slackware Lilo installiert wird. Also der Linux Loader als Bootloader. Und dieser funktioniert aber nicht bei UEFI-Systemen, sondern nur im Legacy-BIOS-Modus. Und deswegen bietet er mir jetzt an, eLilo zu installieren. Das ist quasi eine Version von Lilo, die UEFI-Systeme unterstützt. Und da kann ich jetzt aussuchen, ob ich dann trotzdem Lilo installieren möchte oder die Installation von Lilo überspringen und mit eLilo fortfahren möchte. Und dann darf ich natürlich Skip. Und dann einmal Install. Dann Installieren eines Bootmenü-Eintrags. So, hier geht es um die Hardware-Uhr. Ob diese auf OTC läuft oder auf lokaler Zeit. Bei mir auf meinem Rechner und wahrscheinlich auch auf eurem Rechner läuft die Hardware-Uhr in der Regel immer auf lokaler Zeit, weil wir ja auch hier eine Zeitzone eingestellt haben. Und deswegen sage ich hier Nein. So, jetzt muss ich die Zeitzone auch noch angeben. Und zwar Berlin. Berlin. Sehr gut. Dann wird German für Germany. Kann ich hier auswählen, solltest du aus der Schweiz oder Österreich oder sonst wo herkommen. Dann kannst du natürlich auch eine andere Locale setzen. Aber ich sage auf jeden Fall OK. Soll NumLoc beim Startvorgang aktiviert oder deaktiviert werden? Das möchte ich immer aktiviert lassen. Finde ich immer sehr, sehr in Ordnung. So, und jetzt geht es um das Benutzerkonto. Der erste Benutzer, den sie anlegen, hat die Möglichkeit per Sudo-Befehle mit Administrator-Rechten auszuführen. Alle weiteren Benutzer können dies nicht, solange sie nicht der Gruppe Will zuordnen. Das Root-Benutzerkonto ist standardgemäß deaktiviert. Finde ich sehr, sehr gut. Und wir werden mal einen neuen Benutzer erstellen. Und der neue Benutzer heißt Typ. Dann ein schweres und kompliziertes Passwort für den Benutzer Typ. Dieses muss ich wiederholen. Nein, muss ich nicht. Ich muss ein anderes verwenden, weil es anscheinend zu kurz ist. Das ist aber sehr, sehr schade. Dann werde ich einfach ein längeres Passwort eintragen. Um die Sicherheit zu erhöhen und werde dieses wiederholen. Sehr gut. So, das Setzen des Passworts ist fehlgeschlagen für den Benutzer Typ. Ein unsicheres Passwort. Das Passwort ist ein Palindrom. Ich kann es ja mal verraten. Das Passwort war sechsmal das T. Okay. Na gut. Mal schauen. Dann werde ich jetzt mal hier ein richtiges Passwort eintragen und dann ist auch gut. So, Benutzereigenschaften. Können wir mal schauen. Wählen Sie einen Benutzer, um dessen Eigenschaften anzusehen. So, gucken wir mal, ob ich hier schon dabei bin. Müsste ich ja eigentlich. Da unten bin ich. Schauen wir mal unsere Eigenschaften an. Voller Name haben wir keinen. Das ist auch nicht so schlimm. So, ich habe ein Home-Verzeichnis. Bin Bash ist meine Standard Shell. Und ich bin hier in der Will-Group. Sehr gut. Dann können wir wieder zurück. Und brauchen im Prinzip mehr nicht. Das User-Setup können wir jetzt beenden. Und jetzt werde ich eingeladen, den Mirror auszusuchen. Bitte wählen Sie Ihre bevorzugten Paketquellen aus. Der Lender-Code der Paketquelle steht auf der rechten Seite. Okay. Ihre Auswahl wird sich in die Dateien etc.slapped.get.slapped.get.rc und etc.slapped.get.slapped.srcrc übernommen. Gut. Macht auf jeden Fall Sinn. Das heißt, wir könnten es später auch nochmal ändern. Ich suche jetzt hier aber trotzdem mal raus, ob wir hier irgendwo Deutschland finden. Sieht aber tatsächlich nicht so aus. Deswegen werde ich hier Belgien nehmen. Ich glaube, Belgien wäre jetzt von da, wo ich mich befinde, am nächsten dran. Griechenland nicht. Das ist zu weit weg. Auch nicht Italien, nicht Niederlande. Könnte man auch noch nehmen. So, Ukraine ist nicht US, ist auch ziemlich weit weg. Man nimmt dann immer den Miro, der quasi am nächsten dran ist. Und ich glaube, mit Belgien, mit Belnet bin ich ganz gut dran. Sehr gut. Ja, und dann können wir den ganzen Spaß neu starten. Und dann hoffe ich doch mal, dass die Installation geklappt hat. So, und jetzt wird alles gestartet. So, es gab kein Bootmenü-Auswahl irgendwie. Das liegt ganz einfach daran, weil, ja, Salix jetzt das einzige System ist, was installiert ist. Und, ja, hier sind wir beim Login-Screen. Das sieht aus wie Light.dm. Kann ich mir vorstellen, das Hintergrundbild sagt mir sogar was. Das Hintergrundbild habe ich so ähnlich schon mal gesehen in einem meiner Videos. Und zwar Newtix, wenn ich mich nicht irre. Hier oben auf dem i findest du den Link. Schau einfach mal rein. Ich glaube, bei Newtix, bei der Installation von Newtix, war ein ähnliches Hintergrundbild. So, hier unten steht darkstar.example.net. Das heißt, ein Hostname und so weiter hatten wir noch nicht angegeben. So, hier haben wir eine XFCE-Session. Das ist das Einzige, was installiert ist. Die Uhr stimmt soweit. Und dann würde ich sagen, dann loggen wir uns mal ein. Und et voilà, geht die Sonne auf. Wow, das ist ja eine richtig coole Idee. Mit dem Hintergrundbild auch und dem Login-Bildschirm. Wirklich schön. Ja, das Erste, was mir auffällt, ist, die Symbole sind nicht die Standard-XFCE-Symbole. Und das fällt positiv aus, weil das gefällt mir wirklich sehr. So, dann wollen wir mal in die Einstellungen und mal schauen, ob wir die Display-Auflösung noch mal ein bisschen anpassen können. Ich glaube, unter Anzeige kriege ich das hin. Jawohl, dann einmal Full-HD übernehmen, beibehalten, schließen. So, das ist jetzt quasi Vollbild und das, finde ich, sieht fantastisch aus. Ein wunderschönes Betriebssystem, eine wunderschöne Desktop-Oberfläche, Standard-Oberfläche. Hier mit dem Salix-Logo. So, und ja, dann können wir doch jetzt einfach mal schnell durchschauen, schnell, was alles vorinstalliert ist. So, also unter der Rubrik Büro haben wir die komplette LibreOffice-Bibliothek. Und wenn wir hier schauen, das Ganze ist auch auf Deutsch. Die deutschen Sprachpakete wurden quasi mit inkludiert. Ich habe jetzt hier auf Hilfe gedrückt, das wollte ich nicht. Ich wollte hier über LibreOffice, so 7.4.0. Das sieht mir nach einem ziemlich aktuellen System aus. Und hier sehen wir Gebietsschema DEUTF8. Sehr gut, dass das bereits geklappt hat bei der Installation schon. Sehr anwenderfreundlich, finde ich sehr, sehr gut. So, hier haben wir dann die Einstellung, die XFCE-Einstellung. Da können wir dann gleich noch ein bisschen gucken. So, unter Entwicklungswerkzeuge haben wir Genie mit dabei. Genie ist so eine kleine Entwicklungsumgebung, ziemlich schlank, ziemlich hell. Ich gucke mal, ob man hier irgendwie, ja, bestimmt kann man das irgendwie noch dunkler machen in den Einstellungen. Aber es ist eine sehr, sehr schlanke, sehr, sehr zuverlässige Entwicklungsumgebung. Gerade, wer es eben nicht so groß haben möchte. MELD ist ebenfalls mit dabei. Und MELD ist quasi so ein Programm zum Vergleichen von Dateien. Man kann dann vorher, nachher und den Inhalt von Dateien miteinander vergleichen. Ist also für Entwickler wirklich wichtig, die Repositories zum Beispiel, Repositorylisten und so weiter erstellen. Da wollen wir natürlich gucken, wie sieht das vorher, nachher aus. So, unter Grafik GIMP ist bereits vorinstalliert. Und das ist auch das aktuelle GIMP. So sieht es bei mir auch aus. Sehr gut. Und auch hier in hell, selbstverständlich. Dann Bildbetrachter und LibreOffice3 sowieso. Unter dem Internet finden wir Klaas E-Mail. Ein einfacher, schneller, ja, E-Mail-Client. Der Firefox Web-Browser. Auch hier möchte ich mir ganz fix die Versionsnummer angucken. Auch hier sehen wir sofort auf Deutsch. Das heißt, die Lokalisierung sind sofort übernommen worden hier. Und wir haben ein ESR Firefox. Firefox ESR 102.2. Auch das völlig in Ordnung. Ein schöner, stabiler Extended Release Support Browser. So, Pigeon ist der Chat-Client, der IRC-Client, der hier mit installiert ist. Und Transmission als BitTorrent-Client. So, unter Multimedia finden wir diverse Audio- und Videoabspielgeräte. Unter anderem Asunder, Asunder, wie auch immer. Eine Oberfläche zur Erstellung von Audiodateien. Ich nehme mal an, das ist zum Rippen von CDs. Wenn das überhaupt noch ein Ding ist, heutzutage. Für alle jüngeren Zuschauer. CDs, das sind so komischen silbernen Scheiben. Und es gab mal eine Zeit damals, als England noch eine Königin hatte. Da hat man Musik tatsächlich auf diese Scheiben gebrannt. Und diese in ein Abspielgerät gepackt. Ja, sowas gab es auch mal. So, installiere Multimedia-Codecs. Wahrscheinlich sind MP3-Codecs und so weiter nicht mit drauf. Das kann man dann hier einfach nachinstallieren. Multimedia-Codecs sind patentgeschützt. Genau wie zum Beispiel das Fraunhofer-Institut MP3-Format und so weiter. Und da gibt es sicherlich noch andere Codec-Formate, die ebenfalls geschützt sind und nicht automatisch mit dabei sind. So, und hier wird das Ganze dann im Prinzip ausgesucht, was dann installiert werden kann. Unter anderem wahrscheinlich DVD-Plugin müssen. Die G-Streamer ist Wapi mit drin. Genau. Diese Codecs sind auch mit wichtig. Hier DVD-Codecs, dass man das alles abspielen kann und so weiter. Werde ich jetzt aber nicht installieren. Das machen wir jetzt nicht, weil ich will jetzt auch keine Musik hören. Der Parol-Medienspieler ist im Prinzip wie MPV so ein bisschen gemacht, nur mit grafischer Oberfläche drumherum. Ein sehr, sehr schöner, schlanker, schneller Medienspieler, der auch so ziemlich alles abspielen kann. Und dann gibt es noch XF-Burn. Das ist ein Programm zum Brennen jener mysteriöser Scheiben, von dem ich eben sprach. So, unter System gibt es die Benutzerverwaltung. Hier gibt es FlatHub. Das heißt, hier wird man dann sofort nach FlatHub.org umgeleitet. Was ich sehr, sehr gut finde, dass es dazu einen direkten Eintrag gibt. Das heißt, Flatpak ist, wie ich schon angekündigt habe, tatsächlich schon vorinstalliert. Finde ich richtig, richtig, richtig toll. Hier gibt es noch einen .new Editor, nehme ich mal an. .new ist, wenn Standardkonfigurationen nach einem Update überschrieben werden würden, wird das Paket. Das hat jetzt nicht geklappt. Wir müssen noch mal gucken. So, jetzt. So, es existieren keine New-Konfigurationsdateien im System. Also, wenn ein Update durchgeführt wird auf einem laufenden System und die Konfigurationsdateien sich während des Updates ändern würden, anstatt die jetzt einfach schlagartig zu überschreiben und gegebenenfalls das laufende System zum Absturz zu bringen, wird eine .new Datei erstellt. Und erst nach einem Neustart, während des Bootvorgangs quasi, wird dann die .new Datei durch die reguläre Endung, Konfigurationsendung dann ersetzt. Und dann erst greift nach einem Neustart dann die, ich sag mal, neue Konfiguration. Und nach einem Update kann man dann hier einfach die ganzen .new Dateien einfach mal angucken. Was wurde geändert? Welche Konfigurationen werden beeinflusst? Und dann kann ich entweder schon zusammenmerchen, miteinander vergleichen oder sogar eine .new Datei entsprechend löschen. Sehr, sehr gut habe ich tatsächlich in noch keinem anderen Betriebssystem in der Form gesehen. Finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und da merkt man auch die Erfahrung und auch das Know-how, was die Entwickler halt innehaben. Die wissen genau, worauf es ankommt und was wirklich wichtig ist. Sehr, sehr gute Entscheidung. .new sollte auf jedem System eigentlich mit drauf sein. So, was haben wir noch? Den GU-EFI-Bootmanager. Das ist im Prinzip der EFI-Bootmanager nur halt mit grafischer Oberfläche. Auch hier Passwort reingehämmert. Und dann können wir hier entsprechend Sachen einstellen oder verändern, verschieben. Das ist dann die Bootreihenfolge. Es war sie wie der Grub-Bootloader. Nur das wird hier halt nicht angezeigt. Hier steht Timeout ist deaktiviert. Das heißt, dieser Loader wird überhaupt nicht angezeigt. Wenn ich möchte, dass am Anfang der Bootloader angezeigt wird, dann kann ich hier einfach eine Zeit eingeben, wie zum Beispiel 5 Sekunden, 10 Sekunden oder oder. Das brauchen wir jetzt aber nicht. So, Paketverwaltung. Da kommen wir dann auch gleich nochmal zu. Ich habe mich wieder verschrieben. Nein, doch nicht. So, das erinnert so ein bisschen an die Synaptics-Paketverwaltung. Und ja, die funktioniert tatsächlich auch ähnlich und hat, denke ich mal, auch Synaptics als seine Inspiration auch genommen und nennt sich halt G-Slapped-Paketverwaltung. Hier kann ich dann einfach alles suchen, was ich haben möchte. Genau, wenn ich hier zum Beispiel Neo-Fetch haben möchte, kann ich hier Neo-Fetch suchen, hake das an und dann einfach ausführen und dann wird das Ganze installiert, wenn ich das denn haben möchte. Und hier unten finde ich dann noch diverse Informationen zu diesem Paket. Machen wir jetzt aber noch nicht. So, System. So, Host-Namen kann ich hier konfigurieren. Wir hatten ja irgendwas mit example.org gehabt, darkstar, example.net. Genau, da kann ich jetzt einen eigenen Host-Namen eben eingeben, wie zum Beispiel typ.bio.link, kann ich zum Beispiel nehmen. Apply. Und die Seite existiert tatsächlich wirklich. Wenn ich jetzt hier mal in Firefox reingehe. Ja, einfach eingeben, typ.bio.link, einfach so wie es ist. Verbindung fehlgeschlagen. Habe ich kein Internet? Moment. Doch, habe ich. Webseite vorüber gehen nicht verfügbar. Na, sowas. Ja. Ha, so funktioniert es. Aus irgendwelchen Gründen hat er das typ.bio.link so nicht genommen, sondern einfach bio.link slash typ. Das funktioniert dann auch. Warum er das auch immer nicht genutzt hat, ist eine Zusammenfassung sämtlicher Accounts, Social Media Accounts und so weiter von mir. Einfach dann hier entsprechend dann draufklicken und dann kommt er auf die jeweiligen Seiten. Ja, warum das jetzt so nicht funktioniert, ist mir tatsächlich ein Rätsel, muss ich sagen. Klick einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung und dann findest du, kannst du ja mal gucken, ob es bei dir funktioniert. So, okay. Machen wir weiter. System. So, H-Top. Systemprozesse, Prozessmonitor. Immer sehr, sehr gut. Wir laufen jetzt gerade auf 400 Megabyte. Also es ist wirklich unfassbar sparsam. Und ich habe jetzt hier schon ein paar Mal rumgeklickt und Sachen geöffnet und wieder geschlossen. Ja, und er ist noch weit unter 500 Megabyte. Also ein unfassbar schlankes, schnelles System, was dann im Prinzip auch für ältere Rechner sehr, sehr gut geeignet ist. So, wir haben noch ein paar Spiegelserver, die wir auswählen können. Dann noch Uhrzeit, Sprache können wir einstellen, Tastatur. Und die Truna ist im Prinzip der Standard-Dateimanager. Sehr gut. Und dann haben wir zum Schluss noch Zubehör. Und hier finden wir dann so die kleinen üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel einen Taschenrechner, eine Dateisuche, Notizzettel und Sim-Desktop-Wiki gibt es hier. Da kann ich mal gucken, wie das funktioniert. Ah ja, da kann ich dann quasi Notizen im Wiki-Stil anlegen. Sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie OneNote von Microsoft. Hat so ein bisschen was von Microsoft OneNote. Nur ein bisschen schlanker und nicht ganz so aufgebläht. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Und das Ganze wird dann in einem Ordner Notebooks hier dann angelegt beziehungsweise gespeichert in einem Ordner namens Notebooks. Sehr gut. Sehr, sehr schön. So, dann werden wir mal hier uns in das Terminal begeben und werden mal ein bisschen rumschauen. YouName-A Da sehen wir, dass wir einen recht aktuellen LTS-Kernel haben. Nämlich den 5.15.63. Ich glaube, wir sind bei 5.15.68 aktuell. LTS, werden wir gleich mal gucken, ob der auch schon für Daleks verfügbar ist. Das werden wir dann gleich sehen. So, und ich glaube, die wichtigste Frage ist bei, gerade bei Slackware, wie funktioniert das dann halt so mit Updates. Und da ist das Coole bei Salix, da gibt es eine Paketverwaltung, die sich apt nennt. Und apt kennt ihr schon von Ubuntu, Debian und Co. Und nur mit dem Unterschied, dass es nicht apt-get oder so ist. Und zwar nennt sich das Ganze dann SL für Slack und dann apt-get. So sieht das Ganze aus. Also wie apt-get, nur eben slapped-get. Ja, und dann jetzt nicht etwa Update eingeben, so, das würde nicht funktionieren, sondern mit zwei Bindestrichen davor. Im Prinzip wird das Ganze als Option übergeben. Ja, und dann brauche ich natürlich Root-Rechte, also muss ich noch Sudo eingeben, selbstverständlich. Und dann funktioniert das auch. So, und dann werden jetzt hier die Paketlisten synchronisiert und refreshed, ähnlich wie bei apt-get-update, beziehungsweise apt-update. Ja, und wenn ich das Ganze jetzt upgraden möchte, dann kann ich einfach nach oben und dann mache ich Upgrade. Ja, muss man auch richtig schreiben. So, Upgrade. So, aktualisiert werden soll curl, neovim, poplar und python3. Da sage ich einfach jawohl. Und dann wird das Ganze jetzt runtergeladen. So werden Updates durchgeführt. und hier werden auch mit slapped-get-upgrade werden auch nur die, wird die aktuelle Versionsnummer nur geupgradet. Und wenn ich aber in eine nächsthöhere Version upgraden möchte, dann gibt es ähnlich wie bei Ubuntu und Debian gibt es auch noch das dist-upgrade. So, das, und dann sieht man, dass slapped-get hier ebenfalls geupgradet werden möchte. Auch hier sage ich ja. Und schon ist slapped-get ebenfalls in einer neueren Version verfügbar. So, wenn ich ein spezielles Paket suchen möchte, wie zum Beispiel, wenn ich wissen möchte, ob zum Beispiel NeoFetch verfügbar ist, wir hatten das ja eben schon in der Paketverwaltung, in der grafischen Paketverwaltung gesehen, dann kann ich das ebenfalls mit sudo slapped-get und dann einfach search NeoFetch. So, dann durchsucht er die Datenbank und sagt mir dann, okay, NeoFetch, ja, gibt es, dann in Klammern dahinter, ob es installiert ist, ja oder nein. Und hier steht nein, also es ist nicht installiert. wenn ich jetzt zum Beispiel search htop zum Beispiel nehme, dann findet er mehrere, die mit htop quasi zusammenhängen, wie zum Beispiel btop und bei htop hier sagt er installt ja. Hier sieht man dann also, okay, ja, htop hat er und habe ich aber schon drauf, falls ich das einfach mal wissen möchte. Wenn ich generell wissen möchte, welche Pakete ich überhaupt alle installiert habe, dann kann ich einfach upget installed eintragen und dann werden im Prinzip alle aufgelistet. Es macht natürlich wenig Sinn, das Ganze einfach so aufzulisten. Ich glaube, hier ist es sinnvoll, das Ganze dann durch less einmal durchzupipen. So, und dann kann man hier entsprechend von oben nach unten durchgucken und dann mit der Enter-Taste dann entsprechend immer weiter scrollen, um dann zu schauen, welche Pakete man denn so installiert hat, wenn man es denn so wissen möchte. So, mit STRG, nee, mit Q, einfach Q drücken und dann wird dieser Vorgang abgebrochen. So, wenn ich etwas installiert oder ein System geupgradet habe, dann möchte ich höchstwahrscheinlich auch den Download-Cache geleert haben, denn beim Upgraden sowie auch beim Installieren werden ja diese Pakete erst heruntergeladen, dann werden sie entpackt und in das System installiert und die Pakete bleiben ja trotzdem auf dem System liegen. Und das kann ich dann löschen, indem ich einfach sage, sudo lapt get clean. Fertig. Mehr ist es nicht und jetzt wurde dieser Pakete-Cache quasi gelöscht. Das ist, damit kann man dann auch mal eine Menge Speicher freikriegen, gerade wenn man dann über ein halbes Jahr oder ein Jahr das System verwendet und immer wieder Updates macht oder neue Sachen installiert, dann sammelt sich das nachher mit diesen Download-Paketen und dann gibt es noch das sogenannte Auto-Clean und bei Auto-Clean wird quasi was Ähnliches gemacht. Lediglich werden Pakete auch aus dem lokalen Cache entfernt, die auch gar nicht mehr länger verfügbar sind in der Sources-Liste, in der Quell-Liste. Die werden dann halt dauerhaft entfernt, sodass nicht jedes Mal immer wieder dann nach Updates von diesen obsoleten Paketen gesucht wird. Ja, und ansonsten einfach install mit Slapped-Get-Install. Wie gesagt, ganz wichtig sind immer diese zwei Striche noch davor. Das ist halt wichtig. Slapped-Get-Install und dann eben das Paket, was man installiert haben möchte, wie zum Beispiel Neo-Fetch. Und dann wird das Ganze installiert und man sieht auch, das geht unfassbar schnell. Deutlich schneller als bei Debian oder bei Ubuntu. Ist also sehr viel schneller als das reguläre Abt, was man eben so kennt. und das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ja, wenn ich jetzt hier gucke, funktioniert also und kriegt so ein Slack-Logo hier, Slackware-Logo verpasst. Hat Slackware als Betriebssystem auch so erkannt, Slackware 15. So, dann wollen wir mal noch ein paar Besonderheiten uns anschauen. Wenn ich hier Rechtsklick mache, finde ich hier ebenfalls nochmal einen Zugriff auf alle Anwendungen. Das heißt, die Leiste hier unten ist tatsächlich gar nicht so unbedingt notwendig, da man alles auch über das Rechtsklick-Menü hier erreicht. So, dann gibt es ganz normal die XFCE-Einstellungen, die es halt so gibt und hier kann ich dann entsprechend alles einstellen, wie zum Beispiel das Erscheinungsbild, was ich denn haben möchte. Unter anderem finde ich zum Beispiel das Salix Dark ein kleines bisschen besser, weil es auch etwas schöner für die Augen ist. Es lassen sich natürlich hier über hinzufügen, weitere XFCE-Design-Pakete herunterladen beziehungsweise installieren. Genauso wie mit den Symbolen. So, dadurch, dass wir jetzt hier einen Dark-Modus drin haben, wähle ich hier auch Grogear Dark aus. Friftarten kann ich hier noch einstellen und dann einmal wieder zurück auf alle Einstellungen. Schauen wir mal, was wir sonst noch haben. Feineinstellung, Fensterverwaltung, dann Fensterverwaltung. Damit kann ich dann diesen Rahmen hier entsprechend bearbeiten. das finde ich sehr, sehr gut. Ist ein bisschen groß, aber es gibt es auch noch etwas kleiner. Auch das ist okay, aber und das ist dann das Default. Das finde ich passt sehr, sehr gut zu diesem Dark-Theme, aber das Salix Blau ist auch gar nicht so schlecht. So, die Leiste hier unten kann ich ebenfalls konfigurieren und ich kann noch unzählige Leisten einfach hinzufügen, wenn ich das dann möchte. So, unter Schreibtischeinstellungen finde ich dann auch noch diverse Hintergrundbilder und wir schauen mal, was wir hier haben. Da haben wir ja zum einen auch dieses Hintergrundbild und das passt natürlich jetzt ein bisschen besser zu diesem Dark-Theme, zu diesem Dark-Mode, aber es gibt noch diverse andere sehr, sehr schöne Hintergrundbilder, wie zum Beispiel dieses Salix-Standard-Hintergrundbild mit dem Salix-Logo, dieses Blatt, nehme ich mal an, aber auch noch diverse witzige Fotos mit dem Pinguin, mit dem Linux-Pinguin, dann hier auch hier nochmal Linux for the Lazy Slacker, finde ich sehr, sehr gut, dann in Rot, hier, das hat so ein bisschen Microsoft Office-Vibes, so, dann gibt es auch hier nochmal einen wunderschönen designten Sonnenauf- und Sonnenuntergang, dass diese Farbe, dieses Violett-Pink, das gefällt mir sehr, so, was haben wir hier noch, ein paar Pinguine, Think Linux, hier auch nochmal, sehr, sehr schön, sehr, sehr gute Designs, wirklich schöne Hintergrundbilder und das hier ist ein bisschen zu stressig, ich nehme den Sonnenuntergang, oder ich nehme mir das hier, das ist das Standard, das finde ich okay, so, und zu guter Letzt, hier unten gibt es dann noch die Leiste mit, man hat hier vier verschiedene Workspaces, sozusagen, Arbeitsflächen und hier sieht man auch, dieses blaue Symbol, sagt mir auch, Paket-Updates sind verfügbar, das heißt, Updates kann ich, brauche ich auch nicht unbedingt im Terminal machen, sondern ich klicke dann hier einfach drauf und sage dann einfach, ich möchte mit dem Update fortfahren, dann wird einmal nach dem Passwort gefragt und dann werden die Updates einmal durchgeführt, der hat das jetzt deswegen noch angezeigt, aber zwischendurch hatte ich ja die Updates schon gemacht und der hat das nicht nochmal aktualisiert, aber wenn jetzt Aktualisierungen verfügbar gewesen wären, würde jetzt hier die Updates einfach durchgeführt werden, das heißt, auch hier ist die Nutzung eines Terminals nicht unbedingt notwendig. So, jetzt möchte ich aber noch wissen, ob FlatHub funktioniert, Flatpacks, dazu einmal ins Internet. So, dann wollen wir mal eine Anwendung installieren. Ich schaue mal, ob Element hier verfügbar ist. Jawohl. Und dann wollen wir das mal installieren. Nennt sich Riot. Einfach draufklicken und dann wird das auch installiert. Sehr gut. und dann finde ich Element hier auch unter Internet. So sieht das Ganze dann aus. Und dann hier einfach entweder ein Konto erstellen, hier unten, ein neues Benutzerkonto oder dich entsprechend mit einem Benutzerkonto anmelden. sehr gut. Wenn du bereits bei Element registriert bist, der Matrix Space von so einem Typ im Internet ist vollständig verschlüsselt, dann musst du, um den ganzen Chat auch dann sehen zu können, entsprechend das Gerät noch verifizieren beziehungsweise den, ja, die Verschlüsselung synchronisieren. Ich werde das Ganze jetzt hier über ein anderes Gerät machen und schon bin ich hier verifiziert und so sieht es dann aus hier im Matrix Space. Hier ist jetzt alles ein bisschen heller. Ich habe das Design gerne ein bisschen dunkler. Erscheinungsbild dunkel. Sehr gut. So. Dann sieht das Ganze auch noch ein kleines bisschen besser aus. Ja, und dann hast du hier zwei Räume in diesem Matrix Space, nämlich einmal Ankündigung den Raum und einmal den eigentlichen Chatraum. Ankündigung ist nur zum Lesen. Hier in diesem Ankündigungsraum hier poste ich immer, wenn ein neues Video online geht oder wenn ich wieder auf Twitch live bin oder irgendwelche anderen Neuigkeiten sind und ansonsten gibt es noch den Sohn Typ im Internet Matrix. Also sei auch du mit dabei im Matrix Space von Sohn Typ im Internet und Link dazu ist in der Videobeschreibung. Mit diesem Link geht es dann direkt zum Space. Gut, soweit, so gut. Dieses Betriebssystem Salix Linux ist unfassbar gut als Daily Driver zu nutzen. Also ich, das ist das allererste Slack-System, wo ich wirklich keinerlei Probleme habe, das Ganze hier zu installieren oder auch zu benutzen. Das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, da wo Anfänger ein bisschen Schwierigkeiten haben, ist bei der Installation, da die Festplatte im Terminal quasi selber partitioniert werden muss. Aber wenn man im Internet einfach in den Dokumentationen ein bisschen schaut, dann kriegt man auch das relativ schnell raus. Alles in allem wirklich eines der schönsten und besten Slackware-Systeme, die ich jetzt je gesehen habe. Ich bin vollkommen überrascht. Kennst du vielleicht noch ein Slackware-System, was ich mir unbedingt anschauen sollte, was mindestens genauso gut oder sogar besser ist als dieses hier, dann lass es mich wissen einfach unten in die Kommentare. Lass mir gerne auch ein kleines Dankeschön da, wenn dir das Video besonders gut geholfen und gefallen hat. Da gibt es ja jetzt diesen Thanks-Button. Oder komm einfach in den Matrix-Space von so einem Typ im Internet und erzähl uns dort von deinen Erfahrungen. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.